Herzlich Willkommen zurück, hier bei GTA 5. Und es geht sofort los. Okay, wie lange dauert es uns hier aus dem L.S.? Cooles Bild auf jeden Fall. Komm mal, Mann, schau es aus. Was? Was? Ich habe keine Fingern. Ich habe keine Fingern. Ich habe keine Fingern. Ich habe keine Fingern. Ah, endlich. Hey. Hey. Willkommen in Paradies. Komm, die Fahrzeuge hier. Es ist ein Rieb hier. Ich habe keine Fingern. Ich bin hier. Ich habe keine Fingern. Ich habe keine Fingern. Oh, wir müssen. Wir müssen uns erst mal anfangen. Ich habe keine Fingern. Ich habe keine Fingern. Ich werde nach dem Banken. Ich gehe nach dem Banken. Ich gehe nach dem Banken. Ich gehe nach dem Banken. Wenn das Papier funktioniert, ist ein Relic. Wir müssen uns nach und raus, bevor der Lokal PD weiß, was passiert. Das passiert. Halt mich an. Hä? Äh. Natürlich nicht auf dem Kundenparkplatz fahren. Nein, wir müssen da hin. Das ist die Entrance zur Bank. Nichts spezielles. Geh uns zurück. Okay. So. Entschuldigung. So, dann fahren wir hier hin. Bitte? Drücke R, um die Kamera auf den Alarm zu fokussieren. So, dann fahren wir hier hin. Okay, also ich... Ich muss ja mal tanken. So, dann gehen wir nach Blaine County Savingsbank. Alle Autos in der Nähe, bitte respond. Polito Cars 369 and 1 will be there in 50 seconds. So, dann sind wir hier in 50 Sekunden. Das sind sie. Was ist das, eine 67 Sekunden? Ja, 4 Autos, mehr in den Wings. Schleifte Leute, Garten Dirty Money. F***, wie viele, wir können das! Wir warten gleich hier. Wir sehen, ob etwas über ihre Routine suggestiert eine Schmerz. Ich gucke mal der Rüben. Auf der Great Ocean Highway und der Sonora Freeway. Car-to-Car-Searche und Rekord-Checks. Checkpoints? Searches? F***, das! Ich bin nicht gefreut, weil Lester eine Rüben braucht. Hey, Rüben oder nicht, wir sind immer schneller als dein Arsch. Was macht er denn jetzt? Ich werde nicht einen Schmerz fahren. Wir müssen gehen. Wir gehen. Und wenn wir vor dem Trevor sind, wird er derjenige. Na, genial. Ein Rennen zu seinem Büro. Alright. Ich glaube, es reicht auch, wenn wir normal fahren. Die kommen doch mit dem Auto eh nicht hinterher. Oh doch, kommen sie. Dann kann ich ja hier auch abkürzen. Wenn jetzt was schief geht, bin ich am Arsch. Zum Beispiel, wenn ein Holzhaufen kommt. Das wäre die eine Option. So ein Holzhaufen ist schon scheiße, wenn er im Weg ist. Ähm. Ja gut. So. Okay, jetzt konnten wir sie deutlich abhängen. Durch diese kleine Irrsad-Tür. Ne. Sie haben sich ja hinter uns gespawnt, die Drecksäcke. Was? Blödes Script. Mann. Ich mag sowas nie. Wenn man dann irgendwie so die Ultra-Abkürzung nimmt, dann kommt das Script. Script. Und bam. Es ist alles wieder futsch. Ich mag das nicht. Wuhu. Wuhu. Oh, 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 oh. Achtung. Knallt. Ja. Süßte. Das Script knallt zu uns jetzt wieder hinter den Arsch. Also, wir können uns die Abkürzung eigentlich sparen und lieber auf Sicherheit fahren. Bringt in dem Fall deutlich mehr. Denn jeder Vorsprung wird uns eh wieder genommen. Kann es sein, dass wir so oder so falsch rumfahren? Das gibt's nicht, wir fahren falsch rum. Oh mein Gott! Hm. Warum fahre ich hier falsch rum? Hä? Und jetzt wieder... Willst du mich verarschen? Ich raff's nicht. Die Frage ist, wenn sie jetzt ganz woanders fahren und uns nicht mal am Arsch kleben, ähm, dann kann ich jetzt ja wieder Abkürzung nutzen oder wie oder was oder... Strange thing. Very strange. Sind die schon angekommen? Während ich hier noch dumm rumfahre? Vermutlich. Ach Gott. Das war aber äußerst dumm von mir. Ich hab da... Also entweder das Navi hat zwischendrin mal umgeschalten oder ich hab nicht richtig geguckt oder so. Ich weiß es nicht. Oh oh. Da müssen wir doch oben dran vorbeifahren. So ein Shit. Passt mir überhaupt nicht. Uh. 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 Würde ich gern nochmal wiederholen. Uh. 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 Die sind eh schon zu spät. Alter. Natürlich sind die schon da. Mist. Was hat dir so lange gedauert? Was hat dir so lange gedauert? Scheiße. Das passt in der Garnisch. Was ist das? Das ist ja... Ein... 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 Das ist wahrscheinlich nicht sogar human. Unless... Das gas station ist. Gentlemen. Plans für Ihre Aufmerksamkeit? Good. I'll stay here a minute longer than I have to. So I think our little experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops? The dirty cops head on. Head on. Man, ich weiß nicht. Ja, wir sollten jemanden gut nehmen, aber auch welchen, der muss so viel Anteil nehmen. Der ist zu schlecht. Also entweder der hier, wofür ich für den zahle, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, also der hat eine bessere Waffenauswahl. Aber das Feuerrad in Betreffgenauigkeit ist wichtig, also würde ich sagen... Ja. Ich bin... sicher. Ja. 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 Ja, ich bekomme ein Hotel. Jetzt ist die Frage. Ja, hier die Inhouse-Karte will ich gar nicht. Ja. 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 Dann geht's ja weiter. Ja. 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 Jetzt geht's. Ja. Ja. Was? Lester. Ich habe alle Vorbereitungen von Paleto-Krupp getroffen. Kuh, ja gut. Uns fehlt nur noch die Militärausrüstung, also schnappt euch den Konvoi, sobald es geht. Den Konvoi. Ja gut. Aber wir haben ja tatsächlich voll viel, was wir noch machen können sollten. Und so weiter. Fast ein bisschen heftig. Man wird plötzlich so überschüttet mit Aufgaben. Jetzt war ja mal so ein kurzer Punkt hier im Game, wo so Schritt für Schritt, Mission, Mission, Mission. Man hat immer so zwei, drei Optionen gehabt auf der Karre. Und jetzt ist gerade so wirklich viel wieder los. Das hat mich jetzt so ein bisschen überrascht, dass man wieder so eine riesige Auswahl bekommt. Das war erstmal die Randalien, um diese Auswahl ein bisschen zu minimieren. Weil ich habe halt persönlich doch immer ein bisschen Schiss, dass wenn man jetzt immer die Hauptmission macht, dass irgendwann mal solche Nebenmissionen wechseln oder lasch werden oder irgendwie dann nicht mehr richtig reinpassen. Deshalb mache ich immer meistens erst die kleinen Missionen und dann das Größere. Du hast ne purple. Wo bist du denn? Warte noch? Das stimmt! Jetzt gehts los. Wir hatten da le... Gib... Hä? Achso. Boah das ist zu nah. Jetzt! Jetzt! Hm. Hm. Alright. So. Kommt da ein Panzer? Ein Panzer! Panzer mein Name! Panzer! 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 Da kommt ein... Ach du Scheiße! Da kommt ein... Ach du Scheiße! So... Ist da schon... Ne noch nicht. Ausgezeichnet! Ja da hat Trevor natürlich recht. So gewinnt man tatsächlich keinen Krieg. Ähm... Wenn einen... Ich sag mal einer mit so einer laschen Ausrüstung da plötzlich eine Armee futsch macht. Oh 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 der fliegt doch in unsere Richtung. So ganz unrecht hat er nicht. Was er da sagt. Was? Wie? Ähm... Freunde! Was? Warum? Wieso? Weshalb? Ist da eine Granate irgendwie gegen... Ja. Und dann... Sind wir zurückgerollt oder wie? Och nee. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Ist ja blöd. Ah. Hallo. Ja klar. Leg mich daraus mal um. Ja Assis. Ich muss ja zuerst mal euch hier wegmachen. Ja. Das ist schon klar. Aber hey. So. Einmal. Leck mich. Läht sich meine Gesundheit eigentlich nicht wieder auf. Ich bin mir da nicht sicher. Komm, 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 komm. Hau rein. Nee. Ich glaub unsere Gesundheit läht sich tatsächlich nicht auf. Das ist blöd. Das ist richtig dumm. Das ist richtig dumm. Dass sich die Gesundheit nicht wieder aufmerkt. Das finde ich jetzt schon scheiße. Doch und Kanadien. Komm, 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 komm. So. Ah, jetzt hat sich's wieder aufgeladen. Ausgezeichnet. Das freut mich aber. Das freut mich. Für einen Kanadier. Ja. Wow. Ach du. Scheiße. Komm, 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 komm. Nein. Nicht nachladen. Also doch schon. Aber. Die Zeit haben wir nicht. So. Wo ist da noch einer? 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 Komm. Hallo. Und tschüss. Komm, 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 komm. Besser. Geschafft. Randale Militär. Erledigt 6. Ja, gut. Das haben wir nicht geschafft. Okay. Okay. So. Ja. Was ein schönes Schlachtfeld. Holen wir uns erstmal eine neue Karre? Ähm. Ja. Ihr seid Idioten. Ihr seid genauso blöd, ihr Kops. Alter. Was ist das denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Alter. Ja. Verfügt der Scheiße. All meine... Scheiße. Ähm. Naja, gut. Es ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Scheiße. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Nix. Wir sind am Tiefpunkt unserer Karriere angelangt. Ähm. Ja. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge, nachdem wir ihm hier das Auto geklaut haben, wenn er sonst so aufmuppt, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge hier bei GTA 5. Tschüss.